Das ist jetzt. Der nimmt schon auf. Läuft doch schon. Direkt her. Das ist ein neues Gerät. Dann müssen wir mal dran gewöhnen. Machen wir hier scharf. Andersrum. Kann keiner im Kopf lesen. Da haben wir was extravagantes hier. Pille Männer wieder Back on Stage. Mit was richtig geilem. Aber hallo. FK. Franz Keller. Fritz Brause. Fritz Brause. Das Ding muss man extra Kredit aufnehmen. So schwanne teuer wie das Ding war. Und der geht bestimmt nicht. Grau Lunte. Drehen wir das Ding so ein bisschen. Das Ding ist so was von mega Pornogall verarbeitet. Das ist der Hammer. Red Lantern hier. Die beiden Red Lantern Logos. Bürokräcker. Schau mal scharf. Was haben wir für ein Kack-Handy gekauft. Kack-Handy. Gibt ja gar Kack-Handy. Das ist aus Polen immer. Frisch gestorben schon in Polen. Direkt mit der Knaller mitgekauft. So hier. Bürokräcker. Von Franz Keller. Das Ding siehst du nirgendwo mehr. Das ist eine Ultra Mega Monster Rarität. Guck sie mal hinten die Wand an. Bei so einem Pyrokräcker. Richtig hart. Richtig dünn und hart gewickelt. Aus Schichten. Das ist auch hier gestopft da drin. Aber vom feinsten gestopft. Reingeknödelt einfach mehr. Richtig mit irgendeinem Formdingen. Das ist heftig. Guck dir das an. Die Schnur. Von Notre Dame. Wollen wir mal gucken ob das Ding was taucht. Eigentlich viel zu schade zum Verknallen. Eigentlich schon. 30€ so ein Achterpack. Leg me anything. Vor allem die Superböller. Die Superböller A dagegen. Die kannst du gar nicht bezahlen. 80€ vier Stück. Richtig pornös geil. Da muss der Reinhold schon ein paar mal seinen Arsch hin halten am Bahnhof. Ja das habe ich schon einiges für mich bücken müssen. Ich hoffe ihr wisst das zu schätzen. Dass wir das Ding hier einfach so verjauchen. Vor allem an so einem superschönen Tag. Im hellen damit du auch natürlich alles mitkriegt. Volle Dröhnung. Knapp 35 Jahre alt ist das Ding. Alter ist ja fast so alt wie ich. Leg mich an die Füße. Das sag ich dir. Dann wollen wir mal nicht hier lang fackeln. Und hier mal Kafka machen. Sollen wir wirklich? Ich trau dich nicht. Komm wir haben das noch Video. Egal. Wir wollen den Leuten noch mal was Gutes. Wenn das jetzt nicht geht was dann? Ja. Leg den doch erstmal hin. Leg den flach hin. Nicht hochkant. So. Und dann macht es so ein bisschen mit einem besseren Wumms. Alter nichts mehr von da. Das war's. Ey war das ein geiler Knall? Ey für einen Pyro-Klicker leg mich am Arsch. Das ist doch der Hammer ey. Das war schon ein richtig guter A-Böller gewesen. Das sind nur noch Schnipsel. Das Ding ist komplett zerfetzt. Komplett. Ja das ist doch mal. Oh. Oh geil. Oh. Oh. Alter. Boa. Das stimmt auch so. Mach mal. Hat ein Lippett ey. Ja. Mädels ne. Also das war mal hier ein Deluxe von Heinold und Helge. Mal so ein kleines Special Schmankerl für euch. Wehe das gibt keine 1000 Klicks ey. Ja ne. Dann hören wir auf. Dann mach ich nichts mehr. Genau. Richtig. Verschenke ich alles. Zehnmal Voten. Ja. So Mädels. So bis die Tage. Haut rein. Ja, bis gleich. Tschüss.